Ja, Hallöchen, ich bin hier an der Bar vom Hotel Andreas im Passajatal und hier haben wir den Hannes Pescoli, der jüngste Sommelier Italiens. Ja, lieber Hannes, wie alt bist du dann? Ich bin 18. 18! Und wie bist du dazu gekommen, in so jungen Jahren schon Sommelier zu machen? Einfach Interesse, immer Gas geben, Weiterbildung, immer was Neues dazulernen. War die Prüfung streng für dich? Das ist sowieso schwer gewesen. Schwer? Zusammen mit dem Herrn Daniel. Genau, mit dem Daniel Fink, Juniorchef. Genau, ein bisschen hier im Dunkeln, aber es ist okay, in der Bar ist es halt manchmal einfach dunkel. Wir haben zusammen gelernt und immer ausgefragt und damit haben wir unser Ziel erreicht. Ja, super. Und wie fühlst du dich jetzt als jüngste Sommelier? Wie ist das? Ja, gut. Na? Gut. Starkes Gefühl, oder? Und was sagen die Gäste dann dazu, dass du so jung bist und schon Sommelier? Sie sind positiv davon überzeugt. Was machen sie? Sie sind positiv davon überzeugt. Ah, super. Das ist klasse. Würdest du das jungen Leuten empfehlen, Sommelier zu machen? Immer, immer. War es anstrengend? Es ist anstrengend, man muss lernen, man muss sich reinhauen ins Zeug, aber danach, wenn man die Prüfung hat und Sommelier im Sack hat, dann ist das was Feines. Das hast du schon gehabt mit 17 Jahren dann, gell? Ja, also ich habe mit 17 angefangen und mit 18 die Prüfung abgeschlossen. Ja, stark. Also da großen herzlichen Glückwunsch. Es stand ja auch groß überall in der Presse, ja? Ja. Da bist du richtig berühmt hier, hm? Teilweise. Klasse. Ja, Daniel. Ja? Du wolltest schon was sagen? Ja, alles recht, danke. Alles recht. Ja, Daniel. Wie ist das für dich, so einen jungen Mitarbeiter zu haben, der Sommelier ist? Ja, es ist natürlich eine wichtige Sache, dass man so einen jungen Mitarbeiter auch als Sommelier in unserem Modell haben kann. Ja. Und es ist für mich auch eine Ehre, muss ich wirklich sagen, weil er ist wirklich ein sehr treuer Mitarbeiter und er ist wirklich ein sehr engagierter Mitarbeiter auch. Und nachdem er sich immer verlassen kann und ich bin auch sehr stolz auf jeden Einzelnen und überhaupt auf alles. Ja, super. Klasse. Wunderbar. Ja, dann lauschen wir noch ein bisschen an der Musik heute Abend. Gerne.